Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir das Spiel Lumberhill. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh Gott, ey, was habe ich mir hier angetan heute? Das weiß ich. Mein Charakter weiß nicht, welchem Schaf erfolgen soll. Schiffstern sein. Schiffstern. Meiner bewirkt sich irgendwie nicht mehr. Wieso denn das? Keine Ahnung. Schiebt das Schaf da weg, da brauchen wir nicht. Du hast zwei schwarze Schafe. Ja, ich fühle es auch. Äh, ja. Das ist das Spiel, was wir heute spielen. So. Die drei Holzfäller sind bereit. Ich bin bereit, sag ich mal. Kannst du noch deinen Charakter aussuchen. Bereit. 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 Wir haben alle das Tutorial gespielt. Das heißt, wir wissen, wie das Spiel geht. Wir sind absolute Weltmeister. Ganz ehrlich, ich habe noch kein Plan. Wir müssen die Schafe da in diese Stelle bringen. Welcher von dem bin ich? Ich habe vorstelle. Ich bin der blaue. Da ist einer gestorben. Ach so, ich bin der rote. Du bist der rote. Ja, du bist der rote. Ich dachte, ich wäre der blaue. Ich nehme mal das Schaf mit, weil das ist unsere Hauptaufgabe. Ich habe sie alle runtergeworfen. Rein da. Hallo. Meine Angst. Ich nehme die Abkürzung. Äh. Wui. Hab eins. Hab eins. Hab eins. Ich meine, das Holz ist dazu da, um Brücken zu bauen. Ah, Sunny ist schon wieder afk. Nee, ich soll es abgehen gehen. Nee, ich soll es abgehen gehen. Nee, ich kann mich grad nicht bewegen. Ich weiß nicht warum. Kannst jetzt doch schnell eine Maus zum Tastatur wechseln. Meine Ewigkeit später. Schneele Leute. Nein, die Schafe sind im Weg. Packt die Schafe. Sie hauen ab. Auf die Schafe. Auf die Schafe und los. Ich hab das Holz. Okay, ich hab das Schaf. Hui. Hilfe. Ich fliege runter. Hilfe, es wird gleich brennen. Nein. Okay, wir brauchen diesen normalen. Wir brauchen das normale Holz. Wohl. Was heißt normal? Nein. 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 Ich bin unten. Boah, was für eine Hektik in dem Spiel. Sunny, ich hol's hier unten und du hol's. Komm. Warte, warte. Ich bin noch viel dabei, das da zu machen. Komm, eine halbe Minute haben wir noch. Wir schaffen den dritten Stern. Kommt. Nein. Das ist rotter. Sunny, ich hol's. Hol's dir. Los. Zwei Mission müssen wir noch abschließen. Komm. Okay, ich hab das jetzt so häufig wie mit dem Schafen. Ein braunes Schaf brauche ich. Oh, das braune Schaf. Schnell. Ja. Drei Sterne. Wir haben's geschafft. Tschüss. Ich hab das runter geworfen. So, Leute. Nächste Runde. Die Hula Mädchen trockens. Pandas. Wie? Pandas? Oh, Pandas. Ich hab einen. Wie kann ich das tragen? Ich darf kein Holz runterfallen. Ah, da oben müssen die hin. Wie krieg ich die denn da hoch? Äh, du musst einfach hier hoch springen. Muss ich den? Ah, man muss diesen Schalter hier betätigen. Damit krieg ich man sie hoch. Warte, ich lad's jetzt... Guck in die Wasser einmal. Ich werfe ein paar da drauf und schick sie dann hoch zu euch. Fang das Wasser. Hier, holt die Pandas. Die können eh nicht runter. Was müssen wir denn da hinbringen? Steht da unten immer. Hier, hol das Wasser. Irgendwie machen die Geräusche wie Katzen. Ich hab euch ein paar Pandas hochgesammelt. Genau, einer macht auch Bambus. Der Bambus muss nach da unten. Den Bambus, den muss man auf dem Pfadspiel packen, einfach. Wohin muss der Bambus hin? Ja, da muss der Bambus hin. Ich hab mal eben kurz die Pandas... Warte, wirf die Pandas auf das Tablett drauf. Ich werfe sie die runter. Die Pandas kommen in rück zu mir. Guck, dann kann er die so hoch... Wie hast du den Griff denn gemacht? Oh, da oben brennt Spixel! Du hast das Wasser lösches! Hä, Wasser? Flieg! Rette die Pandas! Flieg, Wasser! Ich brenne! Der Pandas! Ist gestorben! Der Pandas ist tot! Nein! Nicht der Pandas! Scheiß auf den Menschen! Ich kann ersetzen! Aber nicht den Pandas! Rette sie! Ich hab's versucht! Ich brenne schon wieder! Hilfe! Ich hab dich geflasht! Digga, mach doch gleich hier so mit Wurf! Mit Wurf ist besser löschen! Mann, pack doch alle Pandas drauf! Oh, da wollen ein paar Panda gemalt! Du hast grad Pandas getötet! Das Problem ist, die Lagen immer wieder runter! So, hol sie! Das ist die Axt! Ich gehe einfach rein! Wo ist die Axt? Da ist die Axt! Kümmer du dich mal um den Bambus! Ein Stern haben wir geschafft! Also ob wir noch irgendwann mal drei schaffen? Ach stimmt, man kann ja sprinten! Das vergesse ich die ganze Zeit! ich hab's eh nicht nötig, weil ich den Bambus eh mal runter wäre, äh, den Panda immer runter. Was, du wirfst den Panda runter? Ah, Pandas! Ja, hier, ich werf die Pandas hier rein. Ich hab dir ein paar Pandas hochgeschickt. Die Panamission hab ich geschafft. Das lief prima. Und du lebst mit dem Panda rum. Guck mal, ich hab ein Haustier. Wart mal, trägt der Panda eine Brille? Guck mal, wie putzig die Panda ist. Und Sadi will ich mal ins Bild gucken. Oh Gott, bitte sag nicht, wir müssen das Riesending. Guck da unten, das grüne Ding da. Oh, Hilfe! Ich will das Baby, ich hab's! Nee, warte. Ich hab mich mit ihm in den Abgrund gespielt. Was ist unser Job? Ach, wir müssen die Eier klauen. Leute, wir müssen Eier klauen. Und ich glaub, wir müssen das große Ding töten. Sind wir jetzt in den Monster Hunter oder was? Ja. Ah! Ah! Ich flieh! Ich laufe! Lauf! Ich halt ihn auf! Lauf! 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 Hab es! Ich hab die Beute! Tschüss! Ich hab die Beute! Äh! Wo sind die Eier? Ach, da oben! Achtung, fliegende Bombe! Aua! Wie kommt man denn da oben dran? Ach, so! Das Ei willst du nicht nehmen, glaub mir! Aaaaah! 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 Hilfe! Hilfe! Äh, da unten brennt es ein bisschen! Lauf! Lauf! Okay, ich hab's gelöscht! Ich hab's gelöscht! Wo? 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 Ich hab's nicht mehr! Ich glaub wir sollten... Ja, ich hol's hier schon! Nimm das einfach mit! Oh, ich hab's halt getötet! Du schlägst einfach um dich! Ich schlägst einfach um dich! Bye-bye! Da, ich hab's schon gefällt! Gönnt euch das Holz! Holt es einfach! Wo ist das Wasser? Links! Sunny! Guck mal! Hey! Nein, weg! Weck! Da kam ein Geschoss! Ick! Wie haben wir bis jetzt einen Stern geschafft? Irgendwie... Indem wir... Indem wir das Baby abgeliefert haben! Okay! Hilf mir mit dem Ei! Ohahahah! Hans! Ey komm, ich will mal Ein Ei durchschaffen! Wir haben schon 3 geschafft! Komm wir laufen zu zweit, der kann nur ein von uns schnappen! Niiiin! Ich bin runtergefallen! Ich will Spid'er holen! Aber ich hab mein Ei abgeliefert! ich glaube man muss es echt werfen das habe ich halt immer es hat mich unter geworfen kann man eigentlich auch über den dino da klettern ja kann man es hat okay da musst du jetzt auch das ist das totale chaos ich liebe ist mit mama lege ich mich mal nicht an das ist so dass ich muss etwas löschen ich bin mit dem wasser immer lang gerannt ich habe das geht rum geworden was tust du ich habe noch abgeliefert wir haben überhaupt so viele sterne bisher geholt ich heute hier los holt ist wir brauchen drei holz noch schnell und natürlich noch zwei ja ja ich bin hier ich bin mir der eier so jetzt fehlen nur noch die eier konzentriert sich auf die eier ich bringe wahrscheinlich immer wieder die klippe runter ich habe eins ich habe noch einen geworfen wir haben doch die 300 400 sind drei sterne meiner 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 ja ich habe ihn meiner meiner tschüss ich bin weg tschüss man kann nicht weg ich bin weg man sieht ich echt nicht ich bin brille affe jetzt zum menschen gewechselt indem ich gedrückt habe und den asiaten der weiß nicht wen erwähnen soll oh wir sind die affen oh nein ihr dürft nicht abfangen jaaa aber ich kann euch mit echsen weg klatschen nein ihr könnt nicht weg klatschen jaaa oh sonny ich habe gehört wir haben jetzt so viel spaß sonny also unser job ist es jetzt dich zu behindern ne welcher affe bin ich ist jetzt die frage ich bin der linke ich bin der linke was bist du wir müssen ihn aufhalten sani hä wo bin ich ich kann du bist der und der rechte ich lass mich nicht so leicht mit der axt abwerfen ja mein affenbruder macht nix ah jetzt 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 ah du musst x drücken zum werfen so klatschen weg nein mein heut tschüss tschüss pandas tschüss pandas tschüss pandas tschüss pandas tschüss pandas ach ist das schön wenn ich nichts schaffen muss Ich muss ihn nur aufhalten. Nein! Ja, ich hab es! Ich kann euch doch auch abwerfen. Ich muss euch doch auch abwerfen können. Wahrscheinlich kannst du uns abwerfen. Aber es macht zu viel Spaß, dich aufzuhalten. Lass die nicht vorbei. Mach den Mobbing-Kreis! Guck mal, ich hab was! Nein, lass die Pandas in Ruh. Hilfe! Oh, guck mal, ich bin Heiliger, ich schwebe. Tod den Pandas! Aber wie soll ich euch beide gleichzeitig aufhalten? Das ist überhaupt nicht fair. Ich glaub, den Versus-Modus sollte man auch zuviel spielen. Oh, das ist zwei. Komm her! Ich lass sie nicht vorbei. Okay, mit der Axt kann man nicht sprinten. Zumindest nicht als Affe. Ich bin den Versus-Modus-Grund. Das ist jetzt eine Wiederholung von dir. Hey, jetzt hab ich euch Axt in die Fresse werfen. Was brauchen wir jetzt überhaupt? Bambus brauchen wir. Ja, wir müssen Bambus holen. Komm! Wir müssen nur besser sein, der CR. Lass dich nicht von ihm aufhalten. Danke, dass du mir die Axt bringst. Das ist dein Grün. Nein! Fristenach, er kommt, er kommt, er kommt. Fristenachs. Das ist schon früher. Ich kann hinten dann weiterarbeiten. Ich hab die Pandas. mach du das wollte ich hole die pandas dass ich nicht dass ich nicht wir müssen besseres ergebnis als 100 schaffen kommt sunny das kriegen wir das kriegen wir gebacken irgendwie ich hab's doch eingekriegt niemals ich habe in die falsche richtung geworfen aber wir haben in die ex zeit nicht nur wirklich weil wir haben auch geschafft ja wir haben gerade so noch geworden sind die ex sind direkt von meinen füßen fallen es war aber auch richtig knapp ich schau ich die achse an den kopf das sieht aus als dieser peter also ich hätte auf jeden fall bock auf die ich bin ich bin der ich bin der affen er kann sich nicht entscheiden der also wenn wir die vollversion spielen dann holen wir uns aber noch im vierten ok ich habe gehört jetzt ist die schnitzel es ist hier schnitzeljagd angesagt was können wir mit der banane und der muss wasser werfen das team wieder normal zu machen okay er muss uns mit wasser wieder klein oder wir dürfen ihn keine bananen fressen lassen ist ja auch allein gefährlich ich habe ihn weg damit die banane affe da ist holz wo muss das holz hin da hinten ich mache so lange die aufgaben die bananen aufpacken auch so ein kleiner dreckiger niemals befrißt die nicht ich denke mal mit derselben womit du auch sonst packen würde kann man eigentlich auch das schweigen greifen geht nicht ja hier liegt eine banane freihaus kann ja mal versuchen ja wenn ich geschlagen werden würde 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 ich das auch machen ein erstes schlag alter hier auf der insel habe ich habe ja auf der insel da jetzt eine hingelegt alter nicht den affen man ich werde das riesenschwein jetzt auch mal sehen es geht nicht da wurde ein schwein gegessen kann sein dass du schon groß bist ich bin mal kurz im wasser eimer ich kann da nicht mal mehr so jetzt können wir es ja ausprobieren willst du es ja zwei na toll bis jetzt schon mal rüber ich sehe auch nicht wie man die banane isst du musst gedrückt halten sani ich komme sani ich komme sani ich habe eine banane hier rüber gefriert oh ja komm ich habe uns mit wasser bewegt tschik sani Was soll ich machen, ganz ehrlich? Ja, und uns mit Wasser bewerfen. Ich werde auch die ganze Zeit von dem Idioten weg. Komm her, komm her! Ich hab mit seiner Banane, der haut mich auch die ganze Zeit. Hauptsache, der kriegt keine Punkte. Ja, ich hab's auch geschafft. Der flüchtet! Jetzt wirst du weggerammelt. Du wirst einen Eilauf in deinen Allerwertesten bekommen. Euer Banane! Nein, ich wurde gegessen. Ich werde erst mal Double-Kriegen auf der Reihe. Wieso hatten der Lulatsch keine Punkte? Ja, ich hab' ihn noch weggeschlagen. Ja, das verdammt Wunder ist zwei gegen einen. Freunde, ich hab' mir noch nicht den Riesen-Borilla bekommen, glaube ich. Nein, das ist das Schwein in Ruhe! Alter! Das Schwein flüchtet! Oh, Alleringen gegen Rechino. Na gut, der Schaf ist alleine tatsächlich besser dran, wenn man rammt sich gegenseitig weg. Mein Schwein ist es genauso. Nur die Affen behindern sich nicht. Du müsstest auch den Affen nehmen, du Affe! Nein, ich brauch' meine langen Haare, obwohl der Affe hat noch längere. Aber der normale Anker vom Schaf, der bringt echt nix. Hui! Achtung, da oben ist das Mistvieh! Ich hab' wieder Schaf! Du wirst gerammelt! Du wirst gerammelt! Nein, du arm! Komm her! Ich kenn' meine Wege! Aua! Da ist dieses blöde Schaf schon wieder! Ich hau's weg! Ich hau's weg! Hau ab! Bleib in der Ecke! Du bleibst da! Hau ab! Du machst nix mehr! Ja, so, da kannst du bleiben! Das ist dein nix mehr! Aaaaaaah! Zahdi, jetzt nehm' noch das Holz und bring' es weg! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich hab' das Holz! Du kriegst mich nicht! Ja! Ich hab's rein gekriegt! Nein! Nein! Fuck her! Nein! Boah, warum fliegt man aber auch so extrem? Ja! Nein! Nein! Der kann uns nicht beide aufhalten! Geschwäge den einen von uns! Ich hab' den mal ein! Ja! Ich hab's! Ich hab's! Weg mit dir! Weg! Weg! Hau ab! Da runter mit dir! Du gehst da runter! Nein! Doch! Ja! Ich hab's runter gekriegt! Ich hab's besiegt! Das ist einfach so unfair! Eins noch! Schnell! Warte! Wirst du mir zu! Ah! Nein! Du Affe! Nein! Das ist so viel lustiger als das Story-Modus! Oh! Stimmt! Wir sind jetzt scharfe! Schmäh! Ich steh' bereit! Ach stimmt! Der muss ja beides abliefern! Ups! Das ist ein bisschen sehr weit weg! Oh! Ich hab' den falsch weggerannt! Ey! Schmäh! Ey! Schmäh! Weg mein Holz! Das dumm ist, wir bauen es auch für ihn ab! Ich krieg ihn nicht! Ich bin runter gerannt! Das wollte ich dann! Wenn ihr jetzt auch nicht verliert, ist es echt traurig! Ey! Ich hab' euch auch gerade eben allein für dich gemacht! Ja! Ich hatte Sunny! Was soll das denn heißen? Das ist doch schlecht! Du bist ein Handy-Camp! Jetzt hau' ihn doch mal weg! Hilf mir doch! Ich bin im Wasser! Scharf im Wasser! Ich glaub' wir sind Ziegenbock! Ja! Ich hab' ihn! Sehr schön! An mir kommst du nicht vorbei! Hey! Hey! Schür! Ich komm' an euch beiden vorbei! Einfach hier abwarten! Einfach abwarten! Der muss hier lang! Nein! Du hast ihn falsch erwischt! Ja! Runter mit dir! Sehr schön! Komm doch! Komm! Halt ihn auf! Nein! Verdammt! Ach Sunny! Aber was war knapp! Sag' ich 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 einfach über ein Handy-Camp! Halt' die Schnauze! Ich will auch nicht viel besser! Nee, richtig nur! Es geht mal wirklich noch auf die Nahrs! Das einzig, als ich gut kenne es schaden! Wir können immer noch stupsen oder? Nö! Nein! Können wir nicht! Warum kann er unschlagen? Aber immer schlagen! Die Zuschauer wird euch gefeiert! Lass den Abboten leichter und wir sehen uns beim nächsten Mal.